HALF THE DAYLIGHT Ja, sag was. Warte. So. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren 12 Vibe Games Runde und diesmal mit dem Steinl P. Ja, so heiß ich. Ja, genau. Und... Das geht in 20 Sekunden los. Ich stell mit meinem Cursor in den Kopf ab. Störb. Warum fällt der nicht ab? Ich geh wieder die Route, die ich eben auch gelaufen bin, geh ich wieder, okay? Meines Wegen. Alter, warum hab ich grad so wenig FPS? Hallo? Weil ich den Minecraft nicht mag. Ich hab 60 flüssig. Okay, schnell, ne bitte. Und es war Leda... Ich hab'n dir, ich hab'n dir. Ich hab'n eisenharnisch, ne Hose, und ne Stolzachs, und ne Eisenbarren. Welche Route? Scheiße, welche war das? Hast du auch'n Eisenbarren? Nein. Ähm, ich glaub' ich bin hinter dir. Dieses Rohr da? Ja, wirklich. Äh, hat jemand nen Schwert? Scheiße. Ich hab'n keinen Schwert, aber ich hab'n Holzdienst. Kannst' ja einfach zu mir rennen, ich geb' dem Typ dein Gesicht. Ja, warte, ich bin bei dir. Also, ich geh' jetzt wieder zur Bahn, geh. Ja, klar, ich hab' auch'n Schwert für dich. Achso, okay. Ja, ich hab'n zwei Schwert für dich. Also, du darfst das Gold haben. Die Holzachse ist nämlich ziemlich scheiße, die macht nur 3 Attack Damage. Ich hab' auch noch Schuhe gehabt, wo kam die her? Hast du'n Iron Ingot? Ne, ich hab'n Deer. Okay, gut. Ach, ich würd' ich so gerne einen Iron Deer Schwert machen. Iron, Irea Schwert. Da unten ist einer. Gib ihm ins Gesicht. Nicht sterben, Junge, nicht sterben. Boah, hilf mir. Hilf mir. Ich komm', ich komm', ich komm'. Ich hab' Frame entbruch. Wo bist du? Renn, 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 renn. Hier im Wasser. Okay, ich komme. Hallo. Alter. Ihr habt nur noch ein paar Herzen. Komm, hilf mir. Ich komme, ich komme. Ich gebe ihm ins Gesicht. Fick dir ins Knie. Es ist Minecraft. Es ist Java-Minecraft. Java, Java-Craft. 3 SPL. Es geht gar nix mehr. Ähm, wenn ich dich hau', ich hau' dich jetzt mal ganz kurz. Ja, da passiert noch was. Ist gut. Ist noch nicht auch nicht aufgehängt. Jetzt noch mal, ja, es geht auch noch. Nein, das... Er hat dich auch nicht aufgehängt. Du leckst dich durch die Luft. Ich hab' mal Hanisch für dich. Er schwimmt durchs Wasser, der Hanisch. Hol' ihn dir. Oh Mann, er nehm' nicht. Okay, ich hab' jetzt mal aufgehört aufgenehm' Ich nehm' da noch mal mit dir auf. Ich hab' jetzt den Hanisch auf'n Boden. Ich nehm' immer noch auf. Also, nicht vergessen. Jaja. Wir den können dann noch mal aufnehmen. Bottle-O-Enchanting. Und jetzt hab' ich hier, äh... Hast du Essen? Ich hab' einen Fisch und einen Steak. Ich hab' einen Steak. Wir brauchen nur noch einen Diamant. Ich hab' äh... Oder einen Eisen. Ich hab' ich hab' dir ganz kurz einen Goldschwert zu. Oder hast du's noch nicht? Oder hast du schon? Ich hab' eins. Okay, gut. Viel Feiler und bisschen was Essen hab' ich. Und dein Skype rauscht grad' ziemlich krank. Krank-Shit und so. Ja, meine Tastatur geht grad' in den Arsch. In den Arsch. Ich hab' das Gefühl, dass er hart wäre jetzt nicht für die Weste. Du über siehst mal alle Kisten. Naja, ich bin fixiert auf die... Ich weiß... Oh, nur noch einer. Auf der Bahn. Komm, lass dich. Nein, 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 ich bin auf dem Turm drauf. Okay, ich hab' mich wieder runter. Das Typ von der Bahn mit einer Angel runterholen. Meine Tastatur schmiert. Ach ja, Batteries rot. Scheiße. Scheiße. Ich muss den Typ da runterholen. Hör dich hört mit meiner Angel. Verpest dich. Hast du Bogen? Ich muss die Batterien da austauschen, aber das kann ich nicht mal. Wäre ziemlich... Ach, du bist da. Okay, warte. Wollen runter. Ich treff ihn nicht. Du musst ihn da runter boxen. Das ist unmöglich. Warte, pass auf. Ich komm von hinten. Bist du ernsthaft in der Lage, dass du mit so wenig... Ich hab' ihn runtergehauen. Komm, hilf mir. Ich geh mir ins Gesicht. Tastatur, los. Hör auf. Ach, kacke. Ich hab' ein paar Mal Geld dir da aber nicht oft genug. Die zieht immer zur Seite. Okay, ich glaub', du musst mir... Ich will, glaub' ich, in Kenien reinspringen. Doch nicht. Ich will da nicht. Es ist so sehr gut effektiv, eben Methoden, um mal wegzurennen. Kenien. Ah, klatschen voll viel einfach an Rand, so wie ich auch mal. Alter, ich kann gar nichts mehr machen. Ich muss nicht Tastatur auswechseln. Ja, okay, du musst mir nicht helfen. Komm, ich schaff das, glaub' ich, alleine. Ich kann dir nicht helfen. Ich muss wahrscheinlich leften grad mal. Nein, aber leften wäre zu wichtig. Oh, fuck, ich hab' ihn. Ah, fuck. Warum rennt der mal weg, dieser kleine Schwuch. Alter. Ich warte, pass auf, ich... Ich kann gar nicht mehr laufen. Ich muss jetzt so lange, ich noch laufen kann, an die Wand gehen oder unter den Baum. Komm mal zurück, bitte. Nein, ich will gar nicht zurückkommen, ich muss den Typ tönen. Das ist ein Auftrag. Ich bin ein Profikiller. Er hat so gute Rüstung. Muss ich töten. Ich bin jetzt im Wald. Scheiße. Okay, versuch's einfach, irgendwie zu überleben und weh' dich mit deinem Haus. Nein, kann ich ja nicht. Ich muss ja Batterien auswechseln. Okay, das geht ganz schnell eigentlich. Ich hab' eine Batterie... Och, ich hab' eine Aufnahme, die Batterien gewechselt, glaub' ich sogar. Aber der ist schon bei euch. Ich muss erst mal suchen. Du hast keine Batterien, ich hab' eine Batterien immer neben mir liegen. Ne. Ich steig dir jetzt den Weg ab. Kommst du jetzt dann bitte wieder her? Nein, ich kann nicht, ich muss den Typ töten. Scheiße. Vielleicht springt der jetzt nicht da rein. Nichts da! Kleiner Schwuchtel! Pass auf, ich hab' ihn. Hab' ihn! Jetzt komm' in den Wald, ich bin da in so einem Baum. Ich muss jetzt schon mal eine Rüstung upgraden. Ich hab' ne Idee. Ich, ähm... Hier zwei Eisenbahren, ich hab' zwei Eisenbahren! Ich hab' einen Stick. Ich komme! In welchem Wald bist du? Ich bin in dem Wald, wo die Schlucht ist. Auf'n Baum. Okay, gut. Auf'n Baum. Okay, komm mal. Wirf' du mir einen Stick, so ich geh' einen Stick trafen, lass dich da wieder alleine. Genau, ich, ich, ähm, bau' mich hier dann ein. Ach, geht gar nicht. Tag, ist noch einer! Der ist zum Splendent Steinschwert, ich hab' ich bin tot. Also, ich werde ihn jetzt von hinten angreifen und versuchen, ob ich ihn Vorteil nutzen kann. Obwohl, ich geh' einfach von hinter ihm weg und hoff' das halt nicht zu hören. Ich neige jetzt im Baum, gell? Ich neige jetzt im Baum, gell? Wer merkt mich nicht? Hier. Oh fuck, ich seh' dich! Der hat sich gesehen! Schlau, ach, schlag' ihn runter, dann kann ich ihm geben! Nee, der hat mich nicht gesehen. Okay, gut. Äh, ich komm' ganz kurz. Doch, jetzt hat er mich gesehen. Wer findest... Okay, dann werf' mir nicht den Stick zu. Nichts! Äh, nein, ich möchte kein Team machen. Wir lassen einfach weggehen, okay? Werf' ganz kurz den Stick zu! Was für ein Gangster du bist! Fick' dich jetzt gehen, kleiner Hammer! Geh' weg! Geh' weg, ich töte dich! Ich töte dich! Nein! Nein, 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 nein! Ich töte dich! Aber wir gehen auf, wir gehen beide drauf! Aber, oh fuck, der hat mich untergehauen! Als er wieder abgeht! Nicht runterspringen! Nein, lass' dich nicht alleine! Ich bin da, ich bin da, ich bin da! Hab' ihn! Ja, oh nice! Okay, jetzt muss ich wieder auf'n Baum! Dann gehst du, wir sind uns aus'n Stick, dann kann ich craften gehen! Ja! Hier! Und ich hab' zwei Herzen! Gib mir Essen, bitte! Ich hab' den Steinschwert für dich! Äh, ja, Essen, Fische, alles hier, da! Da Steinschwert für dich! Steinschwert für dich! Okay, wechseln die Batterien aus! Ich bin ganz kurz beim Spawn! Okay, warte, dann muss ich erst auf'n Baum! Einmal Kameraden schweinen und rennen weg und tut, dass mein Kumpel beim Batterien wechseln alleine! Dam, 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 dam! Alter! Okay, warte, ein Rastfunktion! Äh, ah, du hast dich! Ich hab' die ausgeschaltet, kann ich ganz oft sneaken und ganz, ganz erotische Posten! Und ich habe ein Eisenschwertchen! So, ich bin gesneakt! So, warte! Ich bin jetzt Gott's Zweck und such' Batterien! Wenn ich keine finde, bin ich im Arsch! Warte, du bist dann, du bist dann nicht gearscht! Du bist dann auf'n Baum! Äh, 24 Minuten hast du noch! Okay, ne, äh, fünf Tribute! Warte, ich bin dann weg! Nein, bitte nicht! Okay, Leute, wie ihr gesehen habt, ist der kurz weg! Und, seine Batterien scheinen wohl nicht die beste zu sein! Ihr sollt sich mal einen Akku anschaffen! Oder irgendwas ähnliches! Wo ist er? Ich find' die nicht! Ah, da steht er! Na, das Versteckte oben wäre nicht besser gewesen! Ich schaue mich noch ein bisschen um! Wo er sich noch besser verstecken hätte können! Die oben wäre doch so super versteckt oder am Omas gewesen! Hey! Niemand sieht mich! Da kann sie trotzdem noch verstecken, falls wir nochmal! Ja! Ist doch kein Versteck, wer sieht noch jedes Schwuchtelchen! Wie? Hallochen, Hallöchen! Ich habe was für dich! Ich werde die Sensitimitarre hinwerfen! Ich spame den Mentar jetzt zu! Alter, ich bin so mies! Jetzt darfst du auch haben! Das darfst du auch haben! Warum nicht sonst? Das wir es auf! Das darfst du auch haben! 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 Das ist auch gut! Ich spam mir grad sein Momentar zu, damit du es weißt! Ich bin jetzt hier wieder da! Ich hab Batterie! Das war gar nicht so, ich habe einen Eisenhandel, du hast schon einen an. Ich habe einen Eisenschwein, du da, du da und Bogen und... Du hättest da oben ganz nebenbei viel besser verstecken können. Drück dir mal an, wie geil das Versteck da oben ist, das hast du, was du hast, da habe ich schon gerade eben gesagt. Ich sehe gar nicht, wie es versteckt, ich sehe dich hier die Schwucht. Ich habe nichts gegen die Schule. Aber hier oben kannst du dich hier verstecken, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Nein, ich muss die Badebine ausdecken. Das ist das beste Versteck aller Zeiten, da findet dich niemand, wenn ich dich eingebaut hätte und kaputt gemacht hätte, um wieder rauszukommen. Warte, was passiert mir nicht? Okay, komm mit mir, komm mit mir, da oben wäre ein viel besserer Versteck gewesen, komm mal her. Hier, komm, komm kurz mit. Guck dir mal dieses Versteck auf dem Baum, auf diesem Baum her an. Da findet dich ja niemand. Hier rein springen, und schon bist du sicher. Wäre jetzt auch reingesprungen, wir wären in den Marsch. Okay, komm, wir gehen. Das war ganz gut. Hier, damit ich ein Level kriege. Ich habe schon ein halbes Level, also fast ein, ich habe ein Viertel Level. Okay, also ich habe auch ein Viertel Level. Oh, geil. Oh nein, es ist Deathmatch-Stream. Egal, ich habe ein Tier. Ich habe das Gefühl, ich habe ein Eisenschwert und ich habe kein Tier. Ich wette, ach man, in der neuen Nahrung, du gehst in die Mitte, ich geh in die Mitte, nein, du gehst in die Mitte, weil ich schon Eisenschwert habe, und dann gehst du in die Mitte, in die Mitte, in die Mitte, in die Geste gucken und dann, und ich tue die anderen und halte ich von dir fern, okay? Okay, ich gehe in die Mitte, also in die Mitte. Ja. Das ist sein Plan, würde ich sagen. Mein Plan? Ja, das war mein Plan. Okay. Und er war effektiv. Da fällt die Yolo ohne ersten Batterien. Und dann hat er Aufnahmefehlen und davor auf die Fälle nicht. Ja, davor auch. Yolo. Yolo, 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 Yolo. Yolo, Yolo, Yolo posição, Yolo意. Er ist dieser Karte der Cooler gemacht worden. Er war in wer Alfria und Hannibal. Es ist eine gute Technik, Es gibt nur eine, eine, und ein gutesaisselle Unternehmen aufgären. Hallo. Ich habe noch ein paar Punkte auftreten. Aufolved Apollo drauf. Mann undsuchinvestos. Frage desментritts 116 Wetzel oder Äther Bö capacitvertret. es ist er hat sich ein Bogen ich hab den Kuchen für die uns verhalten der Falle und zwei Bogen sie sind die Hälfte der Falle ich hab und er kann loslegen jeder verlieren aber nicht stolz darauf okay jetzt los 3 2 1 Gruppen ob wir werden auskommen es ist gemacht du musst erst auf den Tauner ja ich hab's ich weiß schon wer kann sein kann hier rausgehen und halt backen naja hier rund und jetzt lass erst ein Bett warte noch nicht noch nicht los ich gehe davon in die Plätze ja das ist Joli Joli in meiner Hose okay jetzt los ich hab da gar nicht zu die Ränder der Stanz vom Menschen ist nicht zu riesig Fick dich ey weil du bist keine Bogenziele nehm ich bin bei dir fuck ach scheiß drauf Nahkampf auf geht's naja morgen guter Schick wegrennen und Bogen in dein Gesicht Bogen in dein Gesicht oh fuck warum kommst du so an mich an und Bogen in dein Gesicht okay dann fallen wir und jetzt in dein Gesicht auch okay wie viel wert hast du noch ich hatte drei oh ja ich gefällt aber ich war nach dem äh der in die Ehe ich war ein Juni die Ehe ist ein kleines Kuhl in der Ehe er bringt